Hallo und herzlich willkommen zu Mali's Kitchen zu einem neuen Rezept. Heute geht es um Hindebe bzw. um Löwenzahn. Das ist einer der leckersten Vorspeise in der libanesischen Küche. Hindebe zählt als eine kalte Speise und wird mit Fladenbrot serviert und ist vegan. Kommt mit ans Werk und schaut euch die Zubereitung an. Für diejenigen, die nicht wissen, wie der Löwenzahn aussieht, der sieht so aus. Den gibt es meistens im Frühling, im türkischen Supermarkt oder im arabischen Laden. Ansonsten findet man den auch im Wochenmarkt. Damit das Rezept nicht unnötig länger wird, habe ich schon bereits den Löwenzahn gewaschen, klein geschnitten und mit reichlich viel Wasser in einem Topf gegeben und zum Kochen gebracht, damit es gar wird. Es kommt darauf an, je nach Löwenzahn kann das dauern, so zwischen 25 bis 30 Minuten, bis der Löwenzahn durchgeworden ist. In der Zwischenzeit habe ich schon die Zeit ausgenutzt, die Zwiebeln in Streifen geschnitten und jetzt frittiere ich es nebenbei. Und wenn die Zwiebel eine sehr helle, goldige Farbe bekommen hat, nehme ich einen großen Teil davon und lege es für später beiseite. Der restliche kleine Teil an Zwiebeln, der bleibt noch im Topf, bis es eine vollständige, komplette, schöne, goldige Farbe bekommen hat. Denn das brauche ich dann für später zum Servieren. Und immer wieder zwischendurch checke ich Hindebe ab und rühre es um, damit auch die Hindebe gleichmäßig gar wird. Nun hat die restliche Zwiebel die vollständige Farbe erreicht, die ich haben möchte. Die nehme ich jetzt aus dem Topf und lege es auch für später beiseite. Nun ist die Hindebe auch gar geworden. Die nehme ich aus dem Topf, lege es in einem Sieb und gehe dann auf die andere Seite und lasse das kalte Wasser durch, damit ich Hindebe mit der Hand pressen kann. So wird sie dann wieder lauwarm und kann sie dann anfassen und mit der Hand auspressen. Wichtig dabei ist, dass ich sie richtig mit aller Kraft auspresse, sodass sie so gut wie trocken wird. Hier geht am Herd die Zubereitung weiter. Ich gebe in einem Topf erstmal wirklich nur wenig Pflanzenöl. Denn später werde ich noch reichlich Olivenöl dazu geben. Ich brauche das Pflanzenöl, damit ich das Ganze hoch erhitzen kann und anbraten kann. Und das nur aus gesundheitlichen Gründen. Später werde ich auch sagen warum. Man hat schon gesehen, ich habe die zerstampfte Knoblauchzehen sowie den frischen Koriander, der klein gehackt ist, in den Topf gegeben zum Anbraten. Die brate ich nur kurz an, bis der Knoblauch lecker duftet. Dann gebe ich die hellfrittierte Zwiebel darüber und brate es nochmals weiter an. Hier an dieser Stelle muss ich etwas erwähnen, denn es gibt verschiedene Zubereitungen von Hindebe. Manche machen es mit Koriander und manche lassen den Koriander weg. Und manche geben Knoblauchzehen dazu und manche lassen es weg. Dieses Rezept habe ich so übernommen von meiner Mutter und von meiner Oma. Und so mag ich das wirklich. Mit Knoblauch und mit Koriander. Ich kann mir keine Hindebe vorstellen ohne Koriander oder Knoblauch. Nun habe ich schon Hindebe über das Gemisch gegeben und brate nochmals das Ganze weiter an. Zwischendurch kann ich den Löwenzahn salzen und den Zitronensaft noch dazu geben. Und zwei Minuten vor Schluss kommt bei mir dann das Olivenöl. Warum ich nicht von Anfang an die Hindebe damit eingebraten habe, beziehungsweise Koriander und Knoblauch. Aus diesem Grund, man soll das kaltgepresste Olivenöl vermeiden, hoch zu erhitzen. Ansonsten können Giftstoffe entstehen, die krebserregend sind. Deswegen am Anfang nur ein wenig Pflanzenöl zum Anbraten und mit Olivenöl das Ganze beenden. Wenn die Zubereitung beendet ist, nur noch abwarten, bis Hindebe kalt geworden ist, denn das ist ja eine Kaltspeise. Danach kann man das genießen. Und nach Geschmack kann man immer noch auf den Teller etwas Zitronensaft tröpfeln. Denn Hindebe hat nie genug von Zitronensaft. Es fehlen nur noch die vollständige frittierte Zwiebel und dann kann man Hindebe lecker essen. Übrigens, ihr könnt Hindebe in einer Tuba-Dose im Kühlschrank zugedeckt bis zu eine Woche aufbewahren. Meine Lieben, wir sind am Ende der Zubereitung. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch und wünsche euch ein gutes Gelingen. Und bis zum nächsten Rezept. Eure Mali